Pyrrhon von Ilis war ein antiker griechischer Philosoph, er war der Stifter der älteren skeptischen Schule, die nach ihm benannte pyrrhonische Skepsis eine der zwei Hauptrichtungen des antiken Skeptizismus, wird seit Montén und Pascal Pyrrhonismus genannt. Die Lehre war bis mindestens Ende des 2. Jahrhunderts n. chr. lebendig, die jüngere akademische Skepsis, die im 3. Jahrhundert v. chr. durch Akesilaus in der platonischen Akademie aufkam und von Karneades weitergeführt wurde, erwies sich als weniger langlebig. Pyrrhon steht in der Ethik auf der Seite der rigorosen älteren Stoiker, die nur die Tugend selbst als gut anerkennen. In der Neuzeit wird Pyrrhoons Namere oft als ein Symbol für den Zweifel schlechthin gebraucht. Insbesondere durch Diogenes Lertius sind eine Reihe von Anekdoten überliefert, die Pyrrhoons Art des Denkens zu veranschaulichen suchen. Von Diogenes Lertius liegt daneben eine recht ausführliche Lebensbeschreibung Pyrrhoons vor. Leben Pyrrhon stammte aus Ilis auf dem nordwestlichen Peloponnes im Ionischen Meer. Diogenes Lertius schreibt, er sei der Sohn des Pleisterichos gewesen, was schon Diokles berichtet habe. Nach der Chronik des Apollodorus sei er zunächst ein eimer und unbekannter Maler gewesen. Er habe im Gymnasium von Ilis Fackelträger gemalt und diese bildermäßiger Qualität in der Turnhalle ausgestellt. Er habe eine Schwester namens Philister gehabt, die Hebamme gewesen sei und zu der er sich sehr rücksichtsvoll verhalten habe. Denn er trug selbst vorkommendenfalls kleine Vögel und Schweinchen zum Verkauf nach dem Markt, wie er denn auch das ganze Geschäft der Reinigung des Hauses unterschiedslos auf sich nahm. Ansonsten habe er sich der Geselligkeit entzogen und die Einsamkeit gesucht, sodass die Hausgenossen ihn nur selten sahen. Durch Preißen von Herakleia, ein Schüler Stierpons, sei Pyrrhon auf das Werk des Demokrit und die Philosophie aufmerksam geworden. Er soll Demokrit und dessen ethische Ideale von innerer Harmonie hoch geschätzt haben. Wie auch Alexanderus in den Abstammungen sage, sei er darauf dem Menex Eichos von Abdera gefolgt, habe mit ihm an den Feldzügen Alexander des Großen teilgenommen und sei mit dem bis zu den Gymnosophisten nach Indien gereist, wo er mit Asketen und Magieren zusammengetroffen sei. Die Asienfeldzüge Alexanders begannen 334 v. chr, der dabei um 327 v. chr, bis Indien vorrückte. Auf Alexander den Großen soll er ein Gedicht verfasst und dafür 1000 Goldstücke erhalten haben. Diogenes Lertius rühmt Pyrrons Anspruchslosigkeit und Zufriedenheit, aber auch seine innere Unangefochtenheit und das Selbstbewusstsein, mit dem er gegenüber Alexander dem Großen auftrat. Obwohl er in seiner Jugend selbst leicht erregbar gewesen sei, habe ihn später nichts aus der Fassung bringen können, selbst wenn sich jemand mitten in einer Diskussion entfernte, habe er seine Rede unbeirrt zu Ende geführt. Die Reise nach Indien, das Studium der östlichen Philosophie und das Erlebnis der Körperbeherrschung und der Härte der Übungen der Gymnosophisten und Asketen mögen ihn inspiriert haben, sich von seiner bisherigen Lebensführung zu verabschieden. Es folgte seiner Rückkehr nach Illes, wo er eine Schule gründete und dort am ruhigen Gemütes bis ins hohe Alter lebte. Pyrron soll hohes Ansehen der Bevölkerung genossen haben, auch der Athener, die ihm das Bürgerrecht verliehen hätten. Man habe ihn zum Oberpriester gewählt und seines Willen allen Philosophen Steuerfreiheit gewährt. Viele Bürger hätten ihm in Bezug auf seine Zurückhaltung von öffentlicher Tätigkeit nachgeeifert. Antigonus von Charystos berichtet Pyrron habe im Alltag einen konsequenten Außenweltskeptizismus gelebt. Er sei vor nichts ausgewichen und habe keinerlei Vorsicht gekannt. Alles sei ihm gleichgültig gewesen. Er habe der Wahrnehmung keinen Einfluss auf sein Verhalten zugestanden. Oft habe er sich ohne Vorplanung auf Reisen begeben, nur seinen Schülern, die ihn begleiteten. Habe er sein Überleben zu verdanken, weigerte er sich doch entgegenkommenden Wagen, steilen Abhängen oder bissigen Hunden auszuweichen. Als Enexachos einmal in einen Sumpf gefallen war, sei er unbeirrt seines Weges weitergegangen ohne ihm zu helfen. Ein Verhalten, das ihm manchen Tadel eingebracht, von Enexachos aber ausdrücklich gelobt worden sei. Dieser Darstellung lässt Diogenes allerdings eine andere Überlieferung folgen. Ein Zeitmos habe dargelegt, dass Pyrrhon zwar in seiner Philosophie die Urteilsenthaltung gelehrt, selbst aber nicht unvorsichtig gehandelt habe. Als man ihn einmal dabei überraschte, wie er sich mit sich selbst unterhielt und man ihn nach der Ursache fragte, habe er erwidert, er befleißige sich ein umgänglicher Mensch zu werden. Auch sei Pyrrhon einmal von einem Hund verfolgt auf einen Baum geklettert. Als die Anwesenden ihn auslachten, habe er gesagt, es sei schwierig, den Menschen abzulegen. Eine der vielen Anekdoten, die Diogenes Lerzius über Pyrrhon zusammengetragen hat, erzählt von einer Überfahrt Pyrrhons im Ionischen Meer während eines starken Sturms. Die Schiffsbesatzung fürchtete sich zu Tode. Pyrrhon selbst blieb ganz ruhig und wies auf ein unbeeindruckt weiterfressendes Schweinchen mit den Worten hin. Dass diese Unerschütterlichkeit und Seelenruhe einmuster für das Verhalten von Weisen sei. Diese Anekdote ist vielfältig rezipiert und kommentiert worden, beispielsweise von Hegel mit dem kurzen, knappen Nachsatz sie. Nämlich diese Verhaltensweise müsse aber nicht schweinisch sein, sondern aus der Vernunft geboren. Michel de Montaigne, dessen Skeptizismus ausdrücklich auf pyrrhonischem Denken fußt, hat diese Anekdote ebenfalls aufgegriffen und stellt Hegels Sinngebungen Frage. Bei ihm frisst das Schwein nicht einfach weiter, sondern blickt dem Sturm seelenruhig und furchtlos entgegen. Bei ihm ist die Anekdote ein Beispiel dafür, dass das Wissen weniger gegen die Übel auszurichten vermag als natürliche Gewohnheiten. Damit vertritt er im Gegensatz zu Hegel die Ansicht, dass wir uns selbst verfehlen, wenn wir uns als Vernunftwesen begreifen. Während seine Teilnahme am Alexanderzug als historisch angesehen wird, sind einzelne vorgebliche oder tatsächliche Erlebnisse Pyrrons wahrscheinlich erzählerisch ausgestaltet worden. Die auf Diokles von Magnesia zurückgehende Nachricht hingegen, Pyrrhon habe den odrysischen König Kotis ermordet und sei deswegen von den Athenern mit dem Bürgerrecht geehrt worden, ist definitiv auf eine Verwechslung mit Pyzon von Ainus zurückzuführen. Die Aussagen, die Bewohner von Illes hätten Pyrrhon zum Archäreus bestimmt und allen Philosophen Abgabefreiheit gewährt, gehen vermutlich auf Neusiphanes von Theos einen Schüler Pyrrhon und Lehrer Epikurs zurück. Doch auch eine weitere Quelle bezeugt Pyrrhons angesehene Stellung in Illes. Der Periget Pausania schreibt nämlich, dass sich auf der Agora von Illes eine Statue und im nahegelegenen Petra das Grabmal des Philosophen Pyrrhon befände. Hake bescheinigt diesen Informationen ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit, weil dem Perigeten nicht die Intention von Philosophen-Biografen eignet, ihre Helden in einem besonderen Licht erscheinen zu lassen. Es ist daher davon auszugehen, dass Pyrrhon in Illes eine angesehene Stellung inne hatte, die sich in einer hohen kultischen Funktion manifestiert. Als eine Art Witzfigur erscheint Pyrrhon in der von Lukian von Samosata um 165 n. chr. verfassten Dialogsatire der zweimal Verklagte in der Götterfahrt der Seuss Rechtshändel der Irdischen zu erledigen versucht. Unter anderem einen Rechtsstreit, den die Malerei gegen Pyrrhon angestrengt hatte. Aber Pyrrhon, der Skeptiker, erscheint erst gar nicht vor Gericht, da er sowieso davon überzeugt ist, dass es ein wahres Urteil nicht geben könne. Die Inschrift einer auf das 4. Jahrhundert datierten Bronze-Inschrift aus Olympia, in der ein Damiorgos Pyrrhon erwähnt wurde, beinhaltet ein Amnestie-Gesetz. Daher ist die von Chanto vorgenommene Identifizierung des Damiorgos mit dem gleichnamigen Philosophen wieder verworfen worden. Lehre Pyrrons Lehre wurde pyrronische Skepsis oder Pyrronismus seine Anhänger Pyrronier genannt. Skepsis gegenüber den Sinnesorganen war in der griechischen Philosophie nichts Neues. Leugneten Parmenides und Platon den Erkenntniswert der Wahrnehmungen und waren Sophisten wie Pythagoras durch das Unklare und die offensichtlichen Widersprüche der Sinneswahrnehmungen zu einem Subjektivismus gelangt. So dehnte Pyrron diese Erkenntnisse auf Moral und Logik aus und stellte den Zweifel in den Mittelpunkt seines Denkens. Pyrron entwickelte nicht etwa ein die Welterklärendes philosophisches System, sondern er forderte eine kritische Denkhaltung, also die Skepsis und beschrieb nach Timon die Philosophie mit den drei durch das Ziel der Eudemonie bestimmten Fragen. Welches ist die Beschaffenheit der Dinge? Wie haben wir uns folgerecht zu ihnen zu verhalten? Was erlangen wir durch dieses Verhalten? Während sich der Dogmatiker für eine beste Lehre als die alleine richtige entscheidet, geht die Lehre Pyrrons davon aus, dass es keine Erkenntnis der Dinge gibt, weshalb Urteilsenthaltung das angemessene Verhalten sei. Danach ist vor allem im Bereich der Ethik alles, was die Menschen tun, nicht per se lehrenwert oder gemein, gerecht oder ungerecht, sondern nur der Konvention und Sittu nach. Deshalb sei es die Aufgabe des Philosophen, sich des Urteils in diesen und anderen Dingen zu enthalten. Pyrron und seine Anhänger begründeten eine philosophische Schule, die sich ein Denken ohne Skepsis, also ohne Zweifel und Bedenken aller Art, nicht vorstellen konnte. Sie erhoben den Zweifel zum Denkprinzip und stellten damit die Möglichkeit in Frage, auf irgendeine Art und Weise zu einer sicheren Erkenntnis von der Welt gelangen zu können. Gleichgültigkeit ist der Leitbegriff des Pyrronismus sowohl in moralischer Hinsicht als auch vom Standpunkt der Erkenntnis aus. Diese Überzeugungen entsprechen der Lehre des Demokrat-Schülers Enix Achos Metrodoros von Chios, der seine Schrift über die Natur mit den Worten begann. Hauptartikel Pyrrons Lehre wurde vor allem von seinem Schüler, dem Sillendichter Timon von Fleius, aufgezeichnet, fortgeführt und weiterentwickelt. Nach ihm lehrte Pyrron, dass die Dinge gleichermaßen indifferent, unstabil und nicht beurteilbar sein und deshalb weder unsere Wahrnehmungen noch unsere Meinungen Wahres oder Falsches über sie aussagen könnten. Aus diesem Grunde solle man Meinungen nicht trauen, sondern frei von ihnen unbeugsam und unerschütterlich von jeglichem Ding sagen. Dass es nicht mehr ist als nicht ist, in bitteren Spottgedichten griff Timon alle dogmatischen Schulen an. Aus dem Zusammenwirken trügerischer Sinne und trügenden Verstandes entstehe keine Wahrheit. Pyrron steht in der Geschichte der Philosophie für die radikalste Ausprägung des Skeptizismus. Seine Wirkung verdankte Pyrron ganz überwiegend der Art, wie er seine Philosophie in seinem Lebenswandel verkörpert haben soll und damit Schüler wie Gegner beeindruckte. Bezeichnend ist hierbei, dass in der späteren Darstellung der pyrronischen Skepsis von Sextus Empiricus dieses Element fehlt. Das heißt die Lebensführung zu einer am alltäglichen orientierten wird. Aulus Gellius ist der früheste Autor, der bezeugt pyrronische Philosophen würden Skepticoi genannt und der beobachtete, dass die Bezeichnung auch für die Akademiker gebraucht wurde. Zum Begründer der Skepsis bzw. des philosophischen Skeptizismus wurde Pyrron durch die von ihm vertretene Ansicht, dass der Wahrheitsgehalt weder unserer Sinneswahrnehmungen noch unserer Urteile eindeutig feststellbar sei. Aus diesem Sachverhalt folgt für Pyrron der Weise müsse sich jeden Urteils enthalten. Das ethische Ziel dieser Haltung besteht in der Seelenruhe, die nach Pyrron einzige erreichbare Glückseligkeit. Die Skeptiker machten sich den Satz des sophisten Protagoras der Mensch ist das Maß aller Dinge ganz zu eigen. Für sie war von Natur aus nichts richtig oder falsch gerecht oder ungerecht, schön oder hässlich. Bei diesen Urteilen handelte es sich für sie lediglich um menschliche Konventionen, die naturgegeben jederzeit änder oder aufhebbar seien. Es komme dabei allein auf die Umstände und den jeweiligen Blickwinkel an. So scheine ein einzelnes Sandkorn hat ein Sandhaufen hingegen weich und nachgiebig. An Pyrrons Lehre anknüpfend begründete im 1. Jahrhundert v. C.H.R. Ein Zeitmos den Neu-Pyrronismus. Seit dem Ende des dritten nachchristlichen Jahrhunderts war der pyrronische Skeptizismus in Vergessenheit geraten. Das Mittelalter kannte durch Cicero und Augustin nur den akademischen Skeptizismus. 1562 veröffentlichte der Buchdrucker und Verleger Henry Astieren eine lateinische Übersetzung von Grundriss der pyrronischen Skepsis des Sextus, Empiricus, der 1569 durch den französischen Gegner Reformator Genschen Herbert besorgte, dessen lateinische Gesamtausgabe folgte. 1575-76 entsteht Montaigne's Apologie unter anderem nach Richard H., Popkin und Friederiken war Montaigne's Pyronismus einer der entscheidenden Faktoren für die Entstehung der neuzeitlichen Philosophie. Im Anschluss an Sextus bezweifelt Montaigne unter anderem die Zuverlässigkeit der Sinne, die Wahrheit der ersten Prinzipien und die Gültigkeit eines Wahrheitskriteriums. Diesen Punkt wiederum entfaltet David Hume, der der Auffassung ist, dass kein Problem sich mithilfe der Vernunft lösen lasse. Die Vernunft sei nicht imstande, eine Entscheidung zwischen miteinander unvereinbaren Aussagen zu treffen. Neben dem stoischen Terminus Apatheia ist auch der Begriff der Ataraxie überliefert. In den Schriften des Sextus Empiricus bezeichnet die Ataraxie aber eigentlich das Ziel der Ethik, das jedoch nicht direkt erstrebt werden kann. Da jedes Streben danach, ja schon jede dogmatische Lehre über das Wesen der Ataraxie eben eine Erschütterung und damit Zerstörung der Seelenruhe bedeuten würde, daher sagen die Neu-Pyronier die Ataraxie-Folge der Urteilsenthaltung wie der Schatten. Man gelange zufällig zur Seelenruhe, indem man sich in allen Entscheidungen des Urteils enthalte und zudem hin- und hergerissen sein entkomme. Sextus Empiricus hat in seiner Schrift Grundriss der pyronischen Skepsis versucht, den Unterschied zwischen pyronischer und akademischer Skepsis dazulegen, bekundet indes Mühe den Unterschied deutlich zu machen. Möglicherweise wird auch deswegen Sextus Empiricus stand mit seiner Erklärungsnot ja nicht allein und die skeptische Wendung der Akademie zur Urteilsenthaltung erschien ohne Pyrons Einfluss und motiviert bereits Arkesiel aus mit Pyron in Verbindung gebracht. Dass gleichwohl dieser Punkt als aufklärungswürdig erachtet wurde, geht unter anderem daraus hervor, dass Plutarch eine Schrift darüber verfasst haben soll und Gelius darauf hinweist, dass es sich um eine alte und von vielen griechischen Schriftstellern behandelte Frage handele. Enesidem formulierte den Unterschied zwischen Pyronern und Akademikern wie folgt, Der eigentliche Unterschied zwischen beiden Richtungen scheint in der Einschätzung des Status der Argumente begründet gewesen zu sein. Rezeption Der pyronischen Skepsis werden neben Pyron von Illis auch Timon von Fleius und Numenius zugeordnet. Daneben hatte Pyron eine Reihe namhafter Schüler und Anhänger, unter ihnen Eurylochos, Hekateios von Abdera und Nausiphanes von Theos. Pyrons Prinzip des systematischen Zweifels und die Denkfigur der Urteilsenthaltung haben ansonsten unzählige Philosophen inspiriert, von Epikur über René Descartes und Michel de Montaigne bis hin zu Edmund Husserle. Friedrich Nietzsche beschreibt in Der Wanderer und sein Schatten einen vom Skeptizismus erfüllten Dialog Pyrons mit einem Alten, der damit endet, dass Schweigen und Lachen die ganze Philosophie sei. Auch die Hauptfigur in Nietzsches also sprach Zarathustra ist vom Skeptizismus erfüllt. Der englische Bischof George Berkeley ging noch einen Schritt weiter und leugnete nicht nur, dass wir etwas von der Wirklichkeit wissen können, sondern dass es überhaupt eine von unserer Wahrnehmung unabhängige Außenwelt gebe. Sein ist nichts anderes als wahrgenommen werden, so Berkeley. Der Astronom Theodosius sprach sich dagegen aus den Skeptizismus nach Pyron zu benennen. Er nahm Pyrons Lehre völlig beim Wort und führte aus, keiner kenne schließlich die Gedanken der anderen und so könne auch niemand sicher wissen, was Pyron in Wahrheit gedacht habe. Fußnoten, Diogenes Lertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, aus dem Griechischen übersetzt von Otto Appelt, HSG, Klaus Reich, Zweite Aufel, Hamburg 1967, Ricken, Antike Skeptiker, S. 13. Matthias Hake, Der Philosoph in der Stadt, C. H. Beck, München 2007, ISBN 9783-406-558-566, 301. Richard Bett, Pyro His Antecedents Entes Legacy, 2000, S. 1. Halb, Marcus Thallius Cicero, Akademische Abhandlungen, in einer Übersetzung von Christoph Schäublin, Ben 479, Der Philosophischen Bibliothek, meiner Verlag, 1995, ISBN 37873-13508, Einleitung S. 27, Online-Version von Tusculane Disputationes, Klaus Reich, Diogenes Lertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, in einer Übersetzung von Otto Appelt, F. meiner Verlag, 1967, S. 194, Uwe Schulz, Michel D. Monten, Rowold 1989, ISBN 3499-504421, 105. A. B. Diogenes Lertius, Philosophische Geschichte, Schwickert Schärferlag, Leipzig 1806, 393. Ricken, 21, Matthias Hake, Der Philosoph in der Stadt, S. 302, Wilhelm Dilltey, Allgemeine Geschichte der Philosophie, Vorlesungen 1900 zu 1905, in Gabriele Gepphardt, Hans-Ulrich Lessing, Gesammelte Schriften, B. 23, Wandenhöck und Ruprecht, 2000, ISBN 3-525-30319x, 53. Rolf Nölle Diogenes Lertius, Altgriechisch-Deutsch, Buchsondiment 2008, ISBN 978-38370-40531, 344 zu 345, Polmoraux, Der Aristotelismus bei den Griechen, von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias, von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias, Walter D. Greuter, 1984, ISBN 3-110-09919-5, 173 a.n.m., 304. Ricken, 14 ff, Nach D. L. I. X. 62, Polmoraux, Der Aristotelismus bei den Griechen, von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias, Walter D. Greuter, 1984, ISBN 3-110-09919-5, 173 a.n.m., Hegel, Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, 1969 b.d., 19, 370 a.n.m., Markus Wild, Die anthropologische Differenz, Der Geist der Tiere in der frühen Neuzeit bei Montaigne, Descartes und Juhm, Walter D. Greuter, 2006, ISBN 3-110-189453, 130 ff, Rolf Nölle, Diogenes Lertius, Altgriechisch-Deutsch, Buchsondiment 2008, ISBN 978-383-70-405-3-1, 344. Matthias Hake, Der Philosoph in der Stadt, S. 302, Lukian, Sekten, 365, Nicola Graab, Fenelon, Dialogues des Mords, Composes, Pour l'Education, Die UN-Prinz, L.I.T. Verlag, Münster 2001, ISBN 3-8258-51761, S. 99, Matthias Hake, Der Philosoph in der Stadt, S. 302, A. B. Wilhelm Dilltey, Allgemeine Geschichte der Philosophie, Vorlesungen 1900 zu 1905, S. 53, Ricken, 13. R. J. Hankinson, The Septics, Taylor & Francis, ISBN 0-4152-03538, S. 129 zu 130, Ricken, S. 9 zu 10, A. B. Marcus Thallius Cicero, Akademische Abhandlungen, In einer Übersetzung von Christoph Schäublin, B. 479 der Philosophischen Bibliothek, meiner Verlag, 1995, ISBN 3-7873-13508, Einleitung S. 28, und verweist auf Gellius, Nörg des Etik 11, 5, VI. Marcus Thallius Cicero, Akademische Abhandlungen, In einer Übersetzung von Christoph Schäublin, B. 479 der Philosophischen Bibliothek, meiner Verlag, 1995, ISBN 3-7873-13508, Einleitung S. 28F, Gisela Streicher, über den Unterschied zwischen den Pürwanen und den Akademikern, In, Phronesis 26, 1981, 158 zu 171, Friedrich Nietzsche, Der Wanderer und sein Schatten, Nr. 213, in, KSABD, 2. S. 645 F, Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra, in, KSABD 4S, 101 FF, Normdaten, GND, 118.819.593, LCCN, N83018254, VEAF, PW, Two Joes south, KSABD 5, 233.8205. hè? Vielen Dank.